Herzlich Willkommen zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Hier bei Ihrem Lokalsender BLK TV am Dienstag, den 16. Juli. Und hier die aktuellen Meldungen. Die lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Burgenlandkreis lädt zu einem weiteren Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst für an Demenz erkrankte Menschen, deren Angehörige und Freunde, ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter sowie für Pflegekräfte ein. Am 23. Juli um 14.30 Uhr findet die Andacht in der Kirche St. Marien in Weißenfels statt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Gelegenheit, bei Kaffee und Plätzen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Der Eintritt ist frei. Die nächste Sitzung der Seniorenbeirates der Stadt Naumburg findet am Montag, dem 12. August um 15.30 Uhr im Rathaus statt. Thema ist insbesondere die Organisation einer öffentlichen Veranstaltung Sicherheit im Alter. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Um Voranmeldung wird gebeten. Der dritte Weißenfelser Lauf gegen Gewalt findet am 28. August statt. Alle teilnehmenden Läufer sollen auch dieses Jahr wieder mit einem einheitlichen Trikot auf die Strecke gehen. Für die Finanzierung der Sporttrikots sucht die Stadt Weißenfels Sponsoren. Finanzielle Unterstützung wird auch noch für die Versorgung der mehr als 100 Ehrenamtlichen. Für die Miete des Sanitärcontainers und für den Kauf der Medaillen benötigt. Angebote zu Sachspenden und zur finanziellen Unterstützung nimmt das Organisationsteam gerne entgegen. Der Weißenfelser Landtagsabgeordnete und innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Rüdiger Erben hat sich in dieser Woche in Naumburg in die neue leistungsstarke Netzersatzanlage des Burgenlandkreises einweisen lassen. Die vor wenigen Tagen übergebene Anlage ist eines von 14 Notstromaggregaten, die das Land Sachsen-Anhalt für alle Landkreise und kreisfreien Städte beschafft hat. Deren Beschaffung zur Vorbereitung auf einen flächendeckenden, länger andauernden Stromausfall geht auf eine Initiative der Sozialdemokraten in den Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP zurück. Erben sieht in der Beschaffung einen wichtigen Fortschritt, aber die Verwundbarkeit durch einen flächendeckenden und langanteilten Stromausfall bleibt aus seiner Sicht eine besondere Schwachstelle der Katastrophenvorsorge in Sachsen-Anhalt. Erben warnt seit Jahren vor den Problemen, vor denen die Katastrophenschutzbehörde in Sachsen-Anhalt bei einem solchen Szenario stehen würde. Deshalb müssen in den nächsten Jahren weitere leistungsfähige und möglichst einheitliche Technik für alle Landkreise und kreisfreien Städte beschafft werden. Vor allem aber müsse die planerische Vorbereitung in den Katastrophenschutzbehörden deutlich verbessert werden. Die Stabstelle Strukturwandel des Burgenlandkreises blickt auf eine erfolgreiche Vorleseaktion in den Monaten Mai bis Juli zurück. Im Rahmen der Initiative nahmen über 300 Kinder aus verschiedenen Kindergärten der Region an insgesamt 16 Lesungen teil. Während der Lesereise tauchten die Kinder in eine spannende Welt der Nachbergbaudetektive ein. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Stabstelle Strukturwandel erkundeten sie auf kindgerechte Weise das Thema Strukturwandel und den Ausstieg aus der Braunkohlenverstromung. Die Kinder wurden dazu angeregt, über die Auswirkungen und Chancen des Strukturwandels nachzudenken. Als Erinnerung erhielten alle teilnehmenden Kinder nach der Lesung ein Pixie-Buch. Weitere Terminmöglichkeiten für Kindergärten. Bis September wird die Lesereise fortgeführt. Kindergärten können sich ab sofort anmelden. Die Termine für dieses kostenlose Angebot sind begrenzt und die Vereinbarung erfolgt individuell. Ab dem 19. Juli bringt Dorit Goethecke die Toskana des Nordens ins Nürnberger Rathaus. Mit ihrer gleichnamigen Wanderausstellung, die zuvor in ihrer Heimatstadt Wernigerode zu sehen war, verbindet die Künstlerin und Designerin in diesem Jahr ihre beiden Wirkungsorte und zeigt auch, dass italienisches Flair in Sachsen-Anhalt ganz nahe liegt. Die von Weinhängen und Steinmauern geprägte Landschaften verschmelzen in den Zeichnungen und Pastellen von Dorit Goethecke zu malerischen Eindrücken. Eine Vernissage findet am Freitag, den 19. Juli um 17 Uhr in der Rathausgalerie statt. Bis zum 18. Oktober kann die Ausstellung besucht werden. Die Rathausgalerie ist jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 sowie am Dienstag von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Straßenbaumaßnahmen laufen nicht immer wie geplant ab. Eine der Langzeitbaustellen, die Leipziger Straße am Weißenfels, konnte nun wieder dem Verkehr übergeben werden. Bei unserer Küsten-Uni wurde es jetzt etwas stachlig. Sie besuchte einen Imker. Diese und andere Themen sehen Sie heute im Regionalmagazin. Gleich nach den Nachrichten. Soweit die aktuellen Nachrichten. Jetzt geht's weiter im Programm von BLK TV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis. Bis zum nächsten Mal.